Es ist ja ein legendärer Konzertabend, aber wie du siehst, die Rostocker gehen in Fünf Elemente im Trihotel vorher schön essen, genießen das, haben Zeit für Gespräche und gehen dann erst ins Theater runter. Das war das letzte Mal schon so schön und wir sind so gut behütet worden. Es ist ein gutes Ambiente und das Schönste daran ist, dass man nicht irgendwie aus dem Haus raus muss, sich umziehen muss in irgendeiner blöden Karton. Da geht man also in das schöne Hotelzimmer und es ist alles sehr geschmackvoll hier, also wirklich. Diese Besetzung mit Günter Fischer wieder und Uschi Brüning ist schon was Besonderes, jetzt schon mal. Das ist für mich eine schöne Erinnerung an alte Zeiten. Wunderbar, ich habe auch nichts anderes erwartet. Sehr, sehr gut. So muss ich es mal sagen. Das ist für mich.